Good morning in the morning. Donnerstag, der 11.04.2024. Ich stehe so in etwa an selber Stelle wieder, bin also noch in Schwerin. Ja, wir waren heute in Familienangelegenheiten unterwegs am Schweriner See. Da gibt es ein paar Bilder. Und mehr gibt es eigentlich zu dem Tag auch gar nicht zu sagen. Es ist nämlich nicht viel passiert. Aber schön, gibt es mal ein kurzes Video. Ist ja auch mal wieder ganz nett nach den letzten Wochen. Ja, deshalb fasse ich mich auch kurz und verabschiede mich mit meinem obligatorischen Tschö, Tschö, Winke, Winke und Bye Bye. Macht's gut, euer allseits unbeliebter Grimling. Ja, ich bin echt nicht am Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020